Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Oldie von immer am Limit und euer Jan ist natürlich auch am Start und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen impulsiven Let's Play. Wir spielen heute wieder eine Folge Resident Evil 6, freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte zu verfolgen. Oh mein, geht gut ab gleich, hallo ihr alle zusammen. Ja, wir haben jetzt hier schon einige Zombies erledigen müssen, bevor wir auf die Folge starten konnten. Es bleibt hier keine Ruhe, ihr wisst Bescheid. In der letzten Folge, ja wir sind hier mit dem Bus gestrandet, alle sind draufgegangen, wir sind die einzigen, die überlebt haben und ja, wir sind jetzt hier auf dem Friedhof. So sieht's aus. Keine Munition mehr, doch, 10 Schuss noch. Und mal gucken, was uns jetzt hier, guck mal, da kommt immer mehr, immer mehr Osterluft geholt. Widerlich, ein Mistviecher, ey. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit am Stissel seid. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf dem Friedhof und mal gucken. Oh. Ich bin jetzt hier, oh, äh, fuck. In einen Grab gefallen. Ach du, da kommt einer. Wo kommt hier einer? Oh. Alter, was geht hier ab, ey? Was geht hier ab? Hier ist ja auch nicht was los. Mal gucken, wo wir eigentlich lang müssen. Na, hier müssen wir lang, okay. Sind also auf dem richtigen Weg. Ne, da kommen wir doch her. Ist doch der Bus. Ah. Hier will. Was hat es hier mit den Statuen auf sich? Weiß ich auch nicht. Gibt es bestimmt noch irgendwo was Schönes zu looten. Ja, habe ich auch schon gedacht. Und wieder einer. Kommen hier aus den Gräbern, ne? Die Mistviecher. Ja, ja. Wieder reingefallen. Ist hier was Feines? Ja. So. Links lang. Was war das? Voll geblendet. War das bei dir auch? Ja. Jetzt kommen wir von allen Seiten. Mit einem Spaten. Mit einem Spaten. Nehmen die auf mich los. Glaubst du ja nicht. So. Ein Gockel. Erstmal nachladen hier, ey. Also ist die Frage, ob wir hier auch in die Gräber einmal so, wie ich es hier mache, einmal reinfallen lassen. Wo bist du? Ich bin ja jetzt bin ich auch. Meine Fresse, ey. Das ist viel. Ich denke immer, dass in den Gräbern was drin ist, weißt du? Das geht gar rein. Da rein. Ja, ja. Mal kurz healen. Wir sind auf jeden Fall auf den richtigen Weg. Diesen wunderschönen Ort. Okay, was? Ah ja. Da kommen sie auch schon wieder. Ah, ich sehe wieder so ein blaues Teil. Oh ja, super. Ja, cool. Wo denn? Hier, komm mal mit. Oh ja, super. Schlangenabzeichen. Wiss ich an, wie viel wir jetzt schon haben? Oh, plötzlich steht er neben mir. Meine Fresse. Ah, Sidekick. Wunderbar. Landhauskick. Wo kommen denn die immer her? Muss ja mal ein Ende haben. Boah, haben wir ja schon weggemacht, ne? Ja, einige. Einige. Bist du? Ich bin hier hinten. schon weitergelaufen, kann das sein? Ne, äh, ich bin noch mal eben einmal kurz umgedreht. Okay. Sind wir jetzt? Kathedrale, wo wir eigentlich hinwollten. Kann man hier wieder was aufmachen? Hier kann man was aufmachen, tatsächlich. Ah, Heilung, das ist nice. Bräuchten wir bloß noch eine rote Heilung, dann können wir das wieder kombinieren. Oh, da ist ein Köter. Oh. Nee, auf der Brücke. Okay. Komm noch mal hin zurück, bitte. Ja, ja. Will er da auch noch mal rein. Ob es hier noch was Feines gibt. Oh, okay. Ah! Kein Ende hier. Mist, Viecher. Und? Ja, ich habe nur eine Brandgranate bis jetzt gefunden hier. Okay. Gut, hör mal hin. Hier lang. Immer hin. Da geht's auch rein. Ähm, da ist was hinter. Ich höre es doch. Wer war ich? Scheiß Hund, ey. Aber hier ist nochmal Munition drin. Oh, echt lecker, die Toilette. Schön hinsetzen. Ja. Das hast du vergessen. Ja, passt nicht bei dir zu Hause. Ganz ehrlich, wir setzen uns auch nicht hin. Gott sei Dank. Okay, der Köter ist draußen. Oh, der hat einen Schlüssel. Hast du gesehen? Es gibt wohl Schlimmeres, als einen Hund über den Friedhof zu jagen. Ja, das könnte andersrum sein. Oh, da kommen sie wieder. Mein Gott. Sieg es ein Munition geben, oder? Hier gibt es ein bisschen Munition. Schon mal nice. Also müssen wir jetzt nochmal zurück hier sozusagen. Ja, ja. Noch mehr Leichen. Jetzt müssen wir den Hund finden. Müssen wir wahrscheinlich vorsichtig sein, weil der sonst abhaut. Das ist doch ein Hund. Oh, meiner hält sich ja richtig viel aus, der Köter. Nein, scheiße. Nein, schon wieder. Ich muss nachladen. Ich habe sonst... Ah. Droppt der was? Oh, ist auch noch ein Hund bei mir. Gott sei Dank, ich meine jetzt erst mal geschafft. Leid. Kleines Mistvieh. Mag ja Hunde, aber so noch wieder nicht. Auch nicht. Gucken, vielleicht bitte Puste wegholen. Ach du bist es. Ich mich aber erschreckend. Nein, verdammt. Ich hab doch nichts mehr zum Nachladen. Ist ein Hund irgendwo. Ja, ist er. Nein, ein Schuss abgegeben ist, haut er schon wieder ab. Verdammt. Also der ist gekennzeichnet, der Hund, den wir da ist er. Sehr schön, Digga. Sehr schön. Sehr gut. Okay, Schlüssel haben wir. Hinter uns kommt einer. Dann mal auf, sind wir gerade. So, ich muss mich jetzt mal eben heilen. Ja, ich muss noch ein bisschen sparen, in der Hoffnung, dass ich bald noch was Rotes finde. Gut. Schon wieder Mistvieh. Meine Herren, ey. Und komm, Munition. Nee, diesmal nicht. Haben wir wohl alle weggemetzelt hier, was? Ach nee, da kommen wieder Löscher. Nee, da kommen noch von links, von unten auf Löscher, äh, von rechts. Ah! Da war. Da ist noch was gedroppt. Okay, ich höre hier unten auch noch was. Wo bist du denn? Ich bin bei der Katadrale gleich. Ach so. Munition, wunderbar. Jo, wunderbar. Okay, jetzt. Kommen wir den... Halt, gehört noch was? Da hinten kommt noch einer. Von der linken Seite kommt auch noch einer. Oh! So, und wieder müssen wir jetzt da zur Tür. Ja. Wo ist er? Ja. Hinter dir. Ach so. Sehr gut. Sein Schuss auf den Kopf und die sind weg. Ja. So. Auch nix mit Munition. Schade. So, dann gehen wir mal über die Bridge. Hier zur Wunder. Okay, wir sind drin. Ja. Wundervolle Kathedrale. Das ist doch die Kathedrale. Nein, so Mistvieh wieder. Leon, alles okay? Ja, hier unten irgendwo. Zumindest ist nichts gebraucht. Gut. Ich glaube kaum, dass sie wegen mir umkehren dürfen. Weiß. Wir sind noch nicht, ob du da bist. Klar. Ich darf wieder hier die langen Wege machen. Wieder typisch. Nein, fuck. Weiß, ich bin gleich platt, ey. Hier rechts lang. Ih, was ist das denn? So langen Hals. Rennen einfach. Oh, das ist so ein Schreifieh. Nein, scheiße, 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 scheiße. Ich bin gleich dead. Oh nein. Ja, ich bin tot. Ich, äh, ich schaffe es jetzt nicht, ne? Und dead. Scheiße, also ich schaff's nicht da nicht hin. Das ist zu weit einfach, du. Ja, das sind einfach zu viele. Und da ich nicht kein Leben mehr hatte. Ja, alles okay. So, okay. Roland. Gerade durch. Da peilt hier nix. Weg. Nein. Nein. Verdammt. Okay, hier geht's nicht weiter. Nee. Wir müssen auf jeden Fall da hinten lang. Hier hab ich nochmal Sprengsätze. Das könnten wir eigentlich nutzen. Okay. In der Hoffnung, dass der mich jetzt hier verfolgt. Oh, ich hab aber auch was davon abgekriegt, oder? Ja. Nein. Ein Schreifieh. Geflüchtet. Ah, muss er von da wieder? Nein, das gibt's doch nicht. Oh, endlich grün Zeug. Ich hör doch hier jemanden. Ach, die kommen ja aus diesen... Nein. Ich hab so'n Schreifieh habe ich ihn hingerichtet. Ja. Es gibt's nicht. Ich bin gleich wieder weg. Ach, Mann. Mein Aiming ist grad zum Kotzen. Oh. Man muss... Man muss den anschießen, bevor er anfängt zu schreien. Ja. Und dann... Diese Schreifieh, das ist nämlich auch so, dass dann immer Gegner kommen. Weil den muss man besiegen, sonst kommen immer mehr Gegner. Ja. Ja. Sieht's doch? Ja. Oh, hier ist noch mal Grünzeug. Noch eine Tür. Und noch eine Tür. Ah, hinter dir. Nein, verdammt. Ich schaffe es nicht, den Feuer zu treffen, ey. Feuer wohl so gut geklappt. Ich komme hier raus, ey. Oh, da sind da zwei von den... Nein. Ich bin jetzt bei dir. Ja. Gibt's irgendwas? Äh, es ist... Ich hab ne... Dinges gelegt. So ne... So ne... Gut. Dann müssen wir hier wahrscheinlich hoch, ne? Oh, da kommt wieder einer. Danke. Osterluft in den Kopf. So muss sein. Mann, ist es schön, sie wiederzusehen. Ja, Tito. Danke. Und jetzt endest du keine Dralle oder nicht? Oh, sie hat's aber eile. Ja, da war ein Tod drauf, du. Mein lieber Scholli. Ah, jetzt Moment hier. Ich muss jetzt mal kicken, ob... Ah, hier ist noch ne Granate. Nice. Mal noch was kaputt machen. Oh, Grünzeug. Nice. Zack. Hast du noch was gefunden? Ähm, hinten... Äh, noch so ne Figur, wenn man so ne Kiste kaputt macht. Ich wollte auch gehen, Mann. Kommt die hier alle, wa? Hä, wie... Boah, der ist dahinter? Wie geht das denn? Na. Okay. Spaß. So, gehen wir mal rein, ne? Ja. Noch mal alles nachladen, ob wir haben. Hallo, ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um. Ja, wieder so ein Typ, äh. Jetzt kommen sie da über den Zaun. Okay, okay. Wir erledigen Sie zuerst. Alter, die schmeißen irgendeinen Mist. Schön, Digga. Nice. Kirchenglocken? Soll das ein Wind sein? Achtung! Wir kriegen Gesellschaft ab! Hä? Der hat ja keinen Kopf mehr ab zum Beißen. Oh, da kommt wieder so ein Übelstar. Ich helfe Ihnen! Noch ein bisschen Sniper. Hör an mich vielleicht. Schrei, Hals, komm! Den müssen wir als erstes erledigen. Ja. 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 Schrei, Hals, der Ene, Schrei, Hals ist tot. Ich weiß nicht, ob es da noch inner war. Oh, der steht hier wieder auf. Ja. Ja. Muss aber los hier. Ja. Ja. Noch ein Schrei, Hals kommt. Okay. Na gut, na gut. Jetzt kommt er nicht rein. So, jetzt können wir rein. Neh mal rein. Ja. Oh, Mann. Ich hoffe, Ihre Information ist das wert. Ja, ich traue, ja, hilf mal. Aber ja, darauf verwette ich mein Leben. Jetzt mal eh wie sagen sollen. Du musst das ein bisschen spannend machen hier. Verstehst du das? Ja, genau. Oh, Gezitter. Kopftreffer. Muss los. Nice. Wir sind keine Rettungskräfte. Ne, keine Rettungskräfte. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Woher weiß sie das? Sagen Sie mir, was da unten ist. Hm. Besser, ich zeige es Ihnen. Hm, besser, ich zeige es Ihnen. Na klar doch. Erstmal ein bisschen looten hier. Erstmal looten hier auf Nass. Erstmal gucken. Opfer hier, ja, ganz wichtig. Ich brauche auf jeden Fall Lootzeug. Haben wir noch irgendwas? Ne. Musste mich hier. Komplett. Nix mehr am Stüssel. Ah, hier ist auf jeden Fall auf der Bank liegt Grünzeug. Das ist nice. Sohn Marco, er ist in der BSAA. Sie werden sehen, er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf. Ah ja, der BSAA. Hm. Kommt mir bekannt vor. Ich kenne nur YMCA. Welcher bist du, der Cowboy? Na logisch, auf Nass. Hier ist auch noch Heilzeug. Bist du? Wo ich stehe? Ja, komme. Sie ist bei ihrem Freund. Ah, das ist nice. Ich habe Angst, dass er sie nicht beschützt. Das ist sehr nice. So, hier hinten. Ah, hier gibt es noch Thron. Oh, hier gibt es nur ein paar silberne Götzen und hier nochmal ein bisschen Munition. Das ist natürlich... Die Tür kriegt man hier nicht auf, ne? Ne. Erwähnt hier. Hier ist... Ah, hier ist eine Jesusfigur, beziehungsweise Maria. Stadion der göttlichen Heiligen. Bei mir hier? Wo bist du? Mhm, weil ich komme. Es ist nicht einfach nur Dekoration. Ah, es ist nicht nur Dekoration. Damit müssen wir irgendwas machen. Können wir die hier raufstellen. Dann kann man auf jeden Fall Treppe hochgehen. Dann kann ich dich gleich hoch befördern. Ja. Ja. Kann ich dich hier hoch dingsen? Warte. Komm. Sehen wir uns mal um. Genau. Sehen wir uns mal um. Kannst du da irgendwas holen oder machen? Nee, ich kann da die Statue raufstellen. Dann, ja. Entweder musst du mal irgendwie vergleichen, dass da irgendwie ein Bild ist oder so. Ja, da steht die beiden Heiligen. Also da muss es zwei Figuren von geben. Okay. Na vielleicht auf der anderen Seite. Wenn nicht, komm nochmal runter. Oder geh da hinten mal lang. Hier ist noch ein schönes grünes Kraut. Oh nice. Könnte ich auch gut gebrauchen. Und Schrotflintenmunition. Auch schön. Ich weiß nicht, ob du mir da auch hoch helfen kannst, dass ich da auch mal hochgehe. Ah, hier ist eine Treppe. Guck mal, die kannst du runterlassen. Oh. Bei mir hier. Wo ist du denn? Wo ist bei dir hier? Andere Seite. Na, du siehst mich da auf dem Dings. Nach links gehen. Guck mal da rüber. Genau. Und jetzt hier ist eine Leiter. Hopp. Zurück. Und jetzt. Zack. Genau. Bist du schon oben? Ja. Ich guck mal erst mal die Moni, ey. Mit dem Grünzeug. Ich hab die zweite Statue gefunden. Ja, nice. Jetzt müssen wir hier zwei platzieren. Ob das egal ist, wie sie... Ah, okay. Ja, die müssen wir dann wahrscheinlich platzieren. Ja. Geh du mal auf die andere Seite. Ja. Ach so. Ah ja. Ich hab diese Seite, wo du bist. Nee. Okay. Warst du grad schon drüben? Ja, warte. Ich geh einfach hier runter und dann die Leiter hoch hinten. Geht ja nicht. So. Wieso geht das nicht? Ah, ich will zu hoch. Dachte, wir zu auf der Hand. Die heult. Hm. Ah. Ah ja. Perfekt. Liebe Freunde. An dieser Stelle. Gehen wir. Ist die Folge auch schon wieder vorbei? Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Was wir jetzt hier ausgelöst haben mit den zwei Statuen? Dann schaltet am besten in die nächste Folge rein. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Place bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst wie immer eine Bewertung und einen Daumen nach oben. Da würde mich freuen. Und natürlich auch ein kostenloses Abo für all diejenigen, die noch nicht abonniert haben. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Immer schön lecker bleiben, meine Freunde. Tschüssi. Tschüssi. Auf bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020